Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir die Epoche des Realismus vorstellen. Sie dauerte von ungefähr 1850 bis 1890. Zu diesem Zeitpunkt war die Märzrevolution gescheitert und damit die Epochen der Restauration vorbei. Die fortschreitende Industrialisierung sorgte dafür, dass viel Arbeit von Maschinen übernommen wurde. Die sozialen Unterschiede verstärkten sich. Mit der Schaffung der Sozialgesetze durch den damaligen Reichskanzler Bismarck sollten diese abgeschwächt werden. Traditionelle und christliche Werte wurden weiterhin infrage gestellt. Die Menschen zweifelten außerdem am Vorteil durch die Industrialisierung. Die Literatur des Realismus war weder politisch noch gesellschaftskritisch. Sprachlich und inhaltlich wurde nichts geschönt oder idealisiert. Das wichtigste Merkmal der Literatur des Realismus war es, Anspruch auf die Realität zu erheben. Meist ist der Inhalt auf wenige Personen und einen kleinen Raum, beispielsweise ein Dorf, beschränkt. Die Beschreibungen von Landschaften, Gegenständen oder auch dem Wetter sind oft indirekte Beschreibungen der Gefühle oder auch des Charakters einer Person. Bekannte Werke und Autoren der Zeit waren Theodor Fontane mit Effie Priest oder auch Theodor Storm mit Der Schimmelreiter. Nun weißt du alles Wichtige über die Epoche des Realismus. Mit unseren Aufgaben kannst du dein Wissen überprüfen. Im Text findest du weitere Merkmale zu der Epoche. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen!